und damit willkommen zu einer folge mario kart 8 der lachs ich merke gerade ich bin noch nicht heiser aber mein kopf weiß das schon also mit alten und los entchen zu dem punkt war ich das spiel noch das ding fühlt sich voll gut weit besser als die scheiße von vorhin also rechner kannst du jetzt mal bitte keine dumme meldung einblenden einmal wöchentlichen hängt sich dann auch weil irgendein update davon nicht hinkriegt es ist übrigens sehr selten dass ich das sage aber meine sicht ist jetzt gerade traurigste weil alle haben so wunderschöne miesen und ich habe leider keine da muss ich den standard momentan ein bisschen motor die lo sanche es mir nehmen wer von euch ist was das war kophobel aktiven ding dong ding dong wer von euch ist baby mario niemand also war das echten kommen der grau vom zweiten war fucking ab die kosen bullshit und jetzt ist so wie ich mich begrüßen Man hat mir ins Gesicht geschüssen. Die Himmelsgeister, ich sage dir. Alter, jetzt ist aber mal gut! Auf welchem bin ich denn jetzt? Sie sehen meinen Platz nicht. Bist du Mario? Nein, ich bin Apfelmus, aber ich bin irgendwo sehr weit hinten. Mario, verpiss dich! Alter, es sind immer mehr Konkurrenz! Doppelröd! Hast du gut gemacht, Monty, ich bin stolz auf dich. Ich weiß. Oh, ich hasse dich. Alter! Ich finde das geil, dass du ihn auch noch richtig verdronst. Trotzdem verpiss dich. Ah! Huh! Junge! Das war knapp! Alter! Alter, Falten geben Power! Jo! Tschau! 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 Tschau, mein Freund! Tschau! Hm, wer ist denn auf dem dritten Platz gelandet? Jo, auf welchem Platz bin ich denn? Hihihihi! Du wolltest erster werden, hä? Aber nicht mit Tumnus. Hihihihi! 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 Tumnus! Ja, Kopfweh. Ja, verständlich. Hä, ich hab doch mein... Hab ich nicht geändert? Ich kann nicht ändern, ich muss noch... Er hat sich besser kontrolliert. Oh Gott. Ja... Können wir neue Mies machen, dann... Ich, ich... Ich muss bis zum nächsten Mal auf jeden Fall neue Mies machen. Schwarze... Bitte... Er ist ein wenig größer geworden. Aus... M... M... Ach... Ich weiß nur noch bei Chi und Trunk die Werbung... Du hast gehört, aber es war alles gut. Oh... Oh, jetzt verstehe ich's. Da stinkt... Irgendwann... Irgendwann... Kommt Nintendo hierher und denkt sich... Hey Terminal Sky und schon wer, die sollten wir zum Nintendo Partner machen und den ganz viel Geld geben. Und hub die nicht nur in den Tweets. Und dann sehen die hub die in der Freundesliste von denen. Aha. Und dann machen sie mich zum Präsidenten von... Von... Von Assistan! In dem neuen Nintendo-Spiel. Assistan. Das ist wie Animal Crossing. Das ist wie Animal Crossing. Das ist wie Animal Crossing. Das ist eigentlich genau das gleiche wie Animal Crossing. Ja... Es ist eigentlich Animal Crossing aus der Sicht von Nook. Richtig. Tumlos Player! Ich will die sechsten. Ja! Doktor Superal! Ich pumpt dich in den Tod! Du bist so ein Mongo, ich hab nicht mal was gemacht. Ich will ein gut Item haben. Mann... Chi, das ist jetzt etwas dumm. Mein Panzer ist ganz weg. Jetzt bin ich nackt und fliege nicht mal im Endbet. Ich muss! Ich hab keine Wahl. Du bist gemein! Du bist gemein! Das ist gut. Wir sind ja böse grün, ey. Schloss für den Grün. Oh, was? Ich bin schon wieder hinter uns auf den sechsten Platz gekommen. Ich bin auf dem sechsten Platz. Das finde ich nicht in Orkland. Ich bin vor Doshin. Dieser eine Assi kommt, der da... Ich sehe ihn. Der da vor mir ist. Das finde ich nicht in Orkland. Ne, nenn mich nicht so. Du kommst, ich bin da... Du bist da oma! Du bist da oma! Pilze! Miau! Nö! Alt, rette mich! Ich! Ich deute dich! Kriege ich, kriege ich, kriege ich, bitte kriege ich, bitte kriege ich! Freund! Nein! Nein! Fuck! Ach, Rückschiege, du und ich! Ich hasse schon wer! Ich hasse schon wer! Freunde sind Freunde! Egal was passiert, es gibt nichts was! Freunde trennt! Nein! Nein! Schau mal, ist ein dummer Ruf! Nein! No! 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 Giga hat dich noch ein Grün erwischt von der Rakete! Ja! Ja! Nö! Du bist nur dritter! Ich! Fuck dir bist du nur dritter gewesen! Weil Cindy von hinten kam und mir ein... Ich hasse dich! Ich habe extra vor dem Ziel angehalten, um noch ein Grün nach hinten zu schießen. Die fallen doch sowieso nach hinten ab, wenn du durchs Ziel fährst. Ja, aber wenn ich ihn zu früh abschieße, dann ist da keiner und der fährt einfach durch. Ich hasse mich. Ah, mein Kopf. Tschüss. IGIT! OH GOTT! Den kennt er schon. Ja, das stimmt. Das ist der hässlichste bisher. Easy. Easy. G Baby Mario hat mehr Punkte. Okay. Ja, aber... Wer ist denn da dran schuld? Alter, wie geil ich mit meinem Arsch wachse. Wacke. 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 Ich mag meinen Arsch auch immer. Waxing. Dann ist das so schön und glatt. Weil wir so schön sind. So schlau sind. So rand und krank. Wären wir mit meinem Kiki. Was? Kann ich jetzt suchen? Glaubst du dir von welchen Filmen kam das? Von Schwarmstift der Prise. Nein, das ist das, was du gemacht hast. Was? Weiß ich doch nicht. Deine Mama ist dumm. Weißt du nicht, woher ich... Kommt? Von mir. Warum hast du denn eine Anspruch? Von Hunden. Der Autobiografie eines Affen. Hey. Da draußen sitzt irgendjemand. Die hören ich da draußen. Ja, ich hab eine Familie da. Die mir zuhört. Ja, sie wohnt in der Nachbarschaft. Ich würd grad sagen. Ich hab nur Nachbarn. Ja, aber die sind es gewöhnt, dass du stöhnt, du stehst und stirbst. Alles klar. Außer Hund, die ist da. Wer hat denn jetzt den Blau zerstört? Ich war das. Sag mal. Nein, Pa! Weil der mich sonst auch mit erwischt hätte. Das ist voll nett von dir. Hätte ich mich jetzt nicht drum kümmern können. Weißt du, auf Cheers, Fellas. Fuck, du. Du trittst mir im Arsch und ich danke dir liebevoll dafür. Dir nicht. Kann irgendjemand Humpty zum neunten Platz schießen? Von wie bei ich? Also ich schieß ihn grad ordentlich ab. Mist, den hab ich zu früh geschossen. Ich kann nach hinten schießen, aber ihr seid nicht da. Hör auf dich. Hör auf dich, Schlampe. Du. 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 Nein. Was passiert denn da schon wieder? Nein, Mann, nicht Hitler, du. Was? Uuuuuh, der Rote! Dein Adi bin ich! Äh, 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 stand glatt! Das ist Schlampe! Ja, ist Schlampe! Ja, ist Schlampe! Das war, das fand ich voll gut gemacht. Woh, du musst nach Deutschland gekommen? Hallo hier da oben, ich fahr' mal. Ne! Kriegt der mich noch? Oh shit, das wird knapp! Fache auf 서er! Owww man! Cindy istBLGD, nee. Deine Mutter, Cindy. Was passiert denn da gerade? Warum ist Baby-Marios weiter? Wir hatten im selben Momente eine Rakete ... Ich finde die drei schön. Ich finde das Treppchen gut. Meine Lungen tun weh. Was ist los mit dir? Normalerweise bist du der Einzige, der eine Chance hat, gegen Terminas zu gewinnen. Ja, weil du der blöde Bitch bist. Was habe ich da gehört? Ich bin Hupke und ich bin schlechter als Terminas. Was hast du gesagt? Weißt du, das ist nicht genauso. Das hast du aber davon. So, was nehmen wir denn heute? Ich mag Affen und Delfine sind Wasseraffen. Ich glaube, die gelben gewinnen. Ich glaube nicht. Siehst du? Ich habe mich jetzt gemütet und wegen euch meine ich. Wegen Hundi habe ich vorhin schon geweint. Es gibt mir Energie, deswegen war ich vorhin so gut, als ihr alle in Tränen lachend da lag. Ja, wie so faul ist es eigentlich in die Weine. Our energy is focused. Kaufen sie jetzt das neue Monster Energy von Deutschland. Warum war Excitebike ein Spiel? Ich habe einen von den allerersten 3DS-Modellen, wo die noch teurer waren. Wo man die gratis bekommen hat. Ficken, Mann! Wo man die zehn Spiele bekommen hat. Und da war Excitebike auch mit dabei. Und ich dachte, du wirst was zum Fick. Aber ich habe mein Gesicht an der Straße geklimscht. Ich habe auch so das Ambassador-Doprogramm, den es sagt. Selbst für damalige Verhältnisse. Es war mega schlecht. Es war doch auf NES. Das war auf NES, glaube ich. Oder war das nicht auf NES? Nee, nee, nee. SNS war das nicht. Nee, nee, nee. Das war das SNS. Also bestimmt auch noch mal, aber das Originale war NES. Warum hast du noch ein... Pika! Was ist das bei einer? Nicht? Nee, aber ich bin dann gerade durch ein Item gefahren worden. Doch, ich weiß nicht, schon war das lange her. Da wäre nicht stolz auf Freckel. Wow, da war ich fast in einer Banane drin. John Baird. Ich will ein Geschenk. Oh, den roten Panzer auf jeden Fall. Ficken, du Penis. Und die, du sollst dir nichts mehr wünschen. Hör auf. Das war aber ein sehr explizites Geschenk. Wer denn jetzt her? Ich will ein Geschenk. Alles klar! Wollt ein bisschen wieder heisem. Du wurdest vom Blitzer erwischt. Ja, aber ich war noch vor den Item. Nee, da kommt, Sterne! Wer hat den roten geworfen, der hat an einer frei rumliegenden Banane entschließt. Ich will gerne! Quid livin' on please! Tschüste! Fuck main! Juhu Der hat sich ja wie Tack- Rabbid Oh oh Yeah! Yey! Yeah! J하면ada Das ist kein Disney-Karakter, den ich kenne Pika ist ein Arsch Fick dich Jherz No Jherz Ja, Hunde, da warst du nicht so gut, die Bowser Jr. und Baby Mario. Das ist jetzt aber schade. Ich bin nicht auf dem letzten Platz, ich bin happy. Ja, bei mir geht's auch. Neuer Weltrekord. Für mich. Alter, was hast du für ein Kind? Falls euch das vorhin gefallen hat, hat er noch ein bisschen positiv vermerkt. Und die hat gerade ein Bild von Lakitu geschickt, wie er klatscht. Schaut bei den anderen rein, das kommt in der Beschreibung Bye Bye. Nice try.